Der Rückhalt vom Vorstand für unser Projekt ist sehr groß. War von Anfang an so, ist ungebrochen so. Wenn man so ein Projekt leitet und man sieht, wie die Leute fokussiert sind, ist ein Traum. Natürlich versuchen wir das Bestmögliche rauszuholen und das Auto so gut wie möglich voranzubringen. Musik 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 Nach dem erfolgreichen Rollout heute wird man ganz klar der Mannschaft, dass dies heute eine Bestätigung war für den Weg, den wir alle zusammen eingeschlagen haben. Untertitelung des ZDF, 2020